Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einem neuen Part von Captain Toad, der Tresure-Tracker. Episode 2 ist verfügbar, das neue Buch von Captain Toads heldenhaften Taten ist erschienen. Und ich würde mal sagen, wir kaufen es uns sofort und starten sofort mit dem ersten... Joa, Kapitel, ne? Uh. Alte Begebenheiten. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Déjà vu. Hier kann man rein, aber hier ist nichts. Was hierher? Hierher? Aha! Hm, so vertraut. Hihihihi. Aha! Das kann es auch nicht gewesen sein. Nein! No, schon wieder die fette Taube! Waaah! Ähm... Irgendwie verläuft es gerade anders. Captain Toad 2! Tresure-Tracker! Ha-ha! Ha-ha! Jetzt muss ich mit Klosett... Nein! Captain Toad wurde entführt. Oh, Hilfe! Oh, ich mag aber Toadette nicht. Der große Rutschenberg. Ich mag Toadette aber nicht so wirklich. Müsste ich eigentlich auch trotz, dass wir das jetzt beenden, aber... Ach, kaum. Ja! Ja, mit Toadette. Der große Rutschenberg. Ich bin kein Toadette-Fan. Naja, was soll's. Da muss jetzt durch. Au. Böser Vogel! Ui! Ich hasse euch! Die hört sich an. Ui! Ist aber ganz schön viel zu rutschen. Halt, warte. Bevor ich jetzt Scheiße baue... Drehe ich doch einmal kurz... Da ist ein Football-Chuck! Wie cool! Oh, 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 oh. So. So gut, dass das nicht gerade die hellsten sind. Das sagte ich gerade, das sind nicht die Hellsten. Finde ich schon irgendwie geil. So strunzdoof kann auch nur der sein, ey. Einmal kurz den Kristall einsammeln. Und dann können wir jetzt hier runterlutschen. Yay! Münzen, 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 Münzen. Da ist noch ein Football-Shark, da müssen wir aufpassen. Du machst einen Abflug. Komm her! Komm her, du Penner! Sack du! Und ich habe Scheiße gebaut, ich hätte doch erst da. Nein! Ich bin Toadette! Der Totenkopfpilz ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen. Schon irgendwie cool. Auf, ein neues! Du bist nicht... Helle. Scheiße. Gut, dass wir mit Toad so viel Leben eingesammelt haben. Die können wir jetzt nämlich alle verbraten. So, noch einmal da hinüber. Ich möchte nämlich auch Münzen einsammeln. So. So, der ist erstmal ausgeschaltet. Muss ich noch kurz reißen. So. Jetzt kann es weitergehen. Frisch Geräusch. Oh, da war eine Münze. Ist jetzt auch egal. So, da möchte ich jetzt gleich hin. Nachdem ich hier nochmal für Chaos gesorgt habe. Ich hasse dich! Dich auch, du fette Taube. Aber dich lässt sich mal leben. Weil ich dich sowieso nicht erreiche. Ja, 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 ja. Fette Taube. Hui. Es tut mir leid. Immer dasselbe. Kann ich hier eigentlich? Mist. Ich treffe den Sack nicht. Aber was ich kann ist. Einmal eine Duation machen. Hui. Hui. Hier bin ich. Komm. Wah. Hier, 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 hier. Wow. Du bist so doof. So unglaublich dämlich, dass es schon wehtut. Yes. Hüahaha. Ah. Es tut mir leid. Ah, Mann. Shy Guy. Ich mach das nicht gern, ne? Ich mag Shy Guys. Für die, die es noch nicht wissen sollten. So. Erfolgreich ausgeschaltet den Piepen, Mats. Den Kackvogel. Nein, er erwischt mich. Er hat mich erwischt. Wow. Muss ich da runter segeln? Das wäre ungesund. Und. Und. Und es ist ja nichts. Okay. Jetzt muss ich gleich aufpassen, nicht, dass ich platt gemacht werde. Mist, das ist ein Juwel. Ich muss das zweimal machen? Sehr gemein. Ich komme da gar nicht drum rum, das jetzt zweimal zu machen. holen wir uns erst mal das Juwel. Uh. Aber ohne zu sterben. Yeah. Du bist nicht schlau. Du bist doof. Ich zeige dir, wie doof du bist. Idiot. Alles klar, wir müssen den geheimen Goldpilz gleich sammeln. Das machen wir aber im Eilverfahren. Oh yeah. Yeah. Uh. Der große Rutschenbär Goldpilz eingesammelt habe ich nicht. Aber. Ich werde es tun. Warum werde ich es tun? Oh yeah. Auf geht's. Zu neuen Abenteuern. Zu Ruhm und Ehre. Yeah. Wow. Ruhm und Ehre. Wem es auch gebührt. Ah, das ist scheigei. Hä, 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 hä. Hä, hä. Runter. 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 Wah. Sie pflückt sich ein. Das ist ja ekelhaft. Ruhm und Ehre. Er kommt nicht mehr auf uns zu. Neffel beendet. Sehr schön. Goldpilz haben wir in der Tasche. Nö, 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 nö. Gehen wir mal weiter in Auf dem Holzweg ans Ziel. Die sehen irgendwie leicht derpy aus, die Klötze, die wir da sehen. Hier geht's. Yeah. Ah, wieder coole Musik. Wah. He, he. Mist. Komm schon, bring mich zum Ziel. Oh. Okay, da ist nichts. Oh, da sind Münzen. Die kann ich natürlich nicht ignorieren, weil, auch wenn ich, ups, da, das Klosettbecken spiele, sind mir, schätze, immer noch sehr lieb. Das bin halt natürlich auch Münzen. So. Huch. Ach. Ein Schlüssel. Ich hab grad einen Schlüssel davon geworfen. Alles klar. Oh. Okay. Kann ich den eigentlich kurz zwischenplatzieren? Yo. Kann ich. Yes. Malz. Aha. Okay, toll. Das ist sehr interessant, dass ich das habe. Kann ich damit jetzt eigentlich auch hier? Dafür brauche ich den Schlüssel. Okay. Jetzt müsste ich, muss ich nur mal gucken, ne, wie ich auch da hinkomme. Habe ich nämlich keine Ahnung. Wahrscheinlich, indem ich... Ah. Cool. Doch schneller kalt gemacht, als ich dachte. Finde ich sehr geil. Ha, der will schliere. Meisterlicher Schütze. Aber den da. Und... Blub. Ha, ha, ha. Yay. 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 Meins. Uh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Hi, Asan. Vorsichtig. Hi, Asan. So, wo uns erstmal... Was auch immer da drin ist. Wahrscheinlich ein Juwel. Ja. Sag ich ja, ein Juwel. Ich quäle das Juwel. Oh, 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 oh. Dann müssten wir jetzt alles, glaube ich, haben, wenn ich mich nicht irre. Ich irre mich ja bekannterweise ganz gerne mal. Aber egal, wir haben jetzt alles. Sag ich einfach mal, wir haben alles. Wir müssen einfach alles haben. Wie zum Beispiel ein weiterer Kill auf unserer Liste. Nein. Ich dachte, ich schaffe es. Alle Kriegbierern, das besiegt... Ach, was, wir hatten was gehabt. Hä, hä, hä. Komm. Noch einmal. Einmal noch und dann war es das für dich. Oh, yeah. Hey, die Asche, schnabbelt her. Komm schon, Stumpfi. Stumpfi, von den Biberbrüdern. Sei auf meiner Seite. Ich brauche da Dingsweilig, aber ich nehme es mit, weil es eine wunderbare Waffe ist. Keine Waffe ist keine Waffe, sondern eine Waffe. Scheiß drauf! Auch auf die Münzen da unten draufgeknödelt. Mist. Ich blicke dem Tod ins Gesicht und töte ihn. Yes! Brutal! Toadette, die Unkraut, die Jäterin. Juhu! Ne, 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 ne. Und so mögen wir mit der Logenfahrt im Abendrot oder beim Abendbrot, ich weiß es nicht, diesen Part beenden. Hier ich gehe! Oh, yeah! Wir haben so das Gefühl, dass ich ja wieder was abschießen muss, wenn ich wieder zurückkomme. Aber erst einmal... Ja, 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 ja! Wahrscheinlich muss ich entweder keine oder alle Piranhas töten. Ich werde es mal versuchen mit alle töten. Und danach werde ich es mal nicht machen, wenn ich es nicht machen muss, weil... Ist doch logisch, ne? Jetzt siehst du wieder die tolle Aus... Die tolle Fahrt. Aber siehst nicht meine Ego-Shooter-Qualitäten. Hey, cool, alle erwischt! Meins! Dududu! Dududu! Yes! Hier ist nichts versteckt! Yay! Hab sie alle erwischt! Meins! 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 Oder waren noch mehr Punk-Käfer? Ich muss bestimmt die Punk-Käfer alle erwischen. Nein! Wow, wo bin ich? Wow, 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 wow. Wieso? Das war doch mal sehr spaßig. Aber noch hier einsammeln. Und wahrscheinlich hätte ich die Punk-Käfer töten müssen. und nicht alle Piranhas. Oh, yeah! Und ich muss die Punktgefer leben lassen, ich hab keine Ahnung. 140 Münzen sammeln? Okay. Habe ich natürlich nicht geschafft, weil ich so unglaublich immer bin. Ich hätte die Punktgefer töten sollen. Das wiederhole ich jetzt, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Oh, yeah! Halt. Das Gute ist, jetzt brauche ich nicht auf die blöden Kristalle achten, weil ich die ja schon alle habe. Jetzt kann ich hier in Ruhe alles wirklich abknallen. Auch wenn ich gerade nicht sehe, wo hier was ist. Boah, Münzen! Boom! Alles mögliche abschießen. Schießen! So, das hätten wir. Jo, wir haben's. So, 140 Münzen haben wir geschafft. Ich bin froh wie Oskar. Wir haben's geschafft. Yay! Dann würde ich mal sagen, mit einem Häkchen und einem Krone verabschieden wir uns von diesem Part oder auch nicht. Denn natürlich, ein Münzrausch ist ein Münzrausch und den werden wir jetzt so brauschend meistern. Oh, yeah! Irgendwie schenkt er mir immer was. Komm, wir gehen mal hier rein. Das macht am meisten Laune. Oh. Na, 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 na. Mist! Ich wollte noch rechts rein. Das ist gemein. Ich muss mich entscheiden. Aber ich kann mich nicht so gut entscheiden. Entscheidungen. So, auf jeden Fall. Was wollte ich sagen? Nicht lügen. Im nächsten Part machen wir mit nebulöse Zeichen im Hinterhof weiter. Das war's für heute. Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Und wir sehen uns im nächsten Part gleich morgen wieder mit To-Set. To-Set? Ich meine To-Dead. To-Set-Reset. To-Set-Reset. Mit To-Set-Reset machen wir das. Und Butter bestrichen. Bis morgen. Tüdelü. Ich meine To-Dead.